Eure Vermachte von Wohneigentum in Berner Oberland. Mein Name ist Markus Gerber. Was habe ich anzubieten? 2-3 Familienhäuser an der Thunstrasse 46 und 48 in Spiez. Das Gebäude auf der rechten Seite, der Thunstrasse 46, hat in die Merkechance ein Ladenlokal integriert. Darüber könnte man auch eine Wohnung machen. Das Grundstück über das ganze Gesee ist 1'300 m² gross. Das heisst, man könnte auf der hinteren Seite des Hauses ein Einfamilienhaus oder ein 2-Generationen-Haus herstellen. Der Standort ist öffentliche Verkehrsmittel. Das heisst die Busverbindung Richtung Thun und Spiezbahnhof ist gewährleistet. Besonderlich ist optimal. Es gibt die Lebensweise für einzukaufen. Ihr wollt weitere Informationen? www.villagasa.ch unter der Rubrik Haus könnt ihr eine Dokumentation direkt auf den Bildschirm laden. Villa Gaza für mehr Lebensqualität. Mein Name ist Markus Gerber. Auf geht's? Die